So, willkommen zur letzten Folge dieser kleinen Mini-Sessione Black Missile Also ich weiß noch nicht, was so wirklich jetzt das Ziel ist. Vermutlich muss ich wieder irgendwie dafür sorgen dass der Tor aufgeht Hm, ich denke mal da kommt Oh, ja, er wird bezahlen. Er wird definitiv bezahlen. Was, wir geben hier jetzt überhaupt zu. Ah, und daran kann ich mich auch irgendwie ganz dunkel erinnern hier. Aber war hier nicht Na, Bunker noch oder so? Ah, da ist unsere Akita. Die hatten irgendwie so eine Geschützstellung mit Sandsäcken noch, das weiß ich. Ah, vielleicht kommt das erst noch. Das ist aber auch nicht der Bereich, wo wir mal schon über der Erde waren, oder? Aber wenn ich jetzt mal so überlege, dann dürfte doch das Tor wahrscheinlich das sein wo unsere Bahn hinter steht, oder? Das heißt, wahrscheinlich ist die Bahnfahrt Vorbei 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 Vorher Vorbei Vorbei vorhin die Das war's für heute. Ich weiß nicht, ob das alle waren. Ich muss sagen, die Musik fetzt mega. Ich weiß nicht, ob das im Original schon so war. Ich finde es mega nice. Ich weiß nicht, ob das ist. Ich weiß nicht, ob das ist. Ich weiß nicht, ob das ist. Aber ich dachte, unterirdisch war sowas auch noch. Ich weiß nicht, ob das ist. Ich weiß nicht, ob das ist. Ich weiß nicht, ob das ist. Okay. Ich weiß nicht, ob das ist. 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 Wir gehen wieder raus. Ich weiß nicht, ob das ist. Ich weiß nicht, ob das ist. Okay, ist zu. Das heißt, wir müssen jetzt hier weiter... Ich weiß nicht, ob das ist. 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 Die Frage ist gerade Ah, hier geht es runter Ich wollte gerade sagen, wie kommen wir überhaupt runter? Ist das unser neuer Zug, oder was? Okay Dann lag ich mit meiner Vermutung also falsch Was licht denn da? Brauchen wir das? Könnte das gewesen sein, oder? Naja, haben ist besser als brauchen, ne? Gut, dann geht's los mit unserer neuen Bahn Hm Ah 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 Was war das denn? Was? Nein Null Ich glaube, das war so gewollt, oder? Ja Was ist das? Hey, wie komm ich denn hier wieder raus? Oder muss ich irgendwie da rüberjumpen? Na gut, ähm... Darüber geht's nicht, ne? Da muss ich wahrscheinlich doch irgendwo schwimmen, aber... Nein! Leck mich doch, ich steck fest! Ah! Was war das für ne Kacke? Äh... Aber ich vermute, wir müssen trotzdem da lang. Aber das gucken wir uns dann in der nächsten Session aus. Spitz bedanke mich, bis denn eh.